Ich glaube, dass es keine andere Veranstaltung gibt, in der die Vielzahl an Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen. Mein persönliches Highlight ist, dass die Menschen, die hier zusammenkommen und das ist jedes Jahr dasselbe, auf einer vertrauensvollen Ebene sich wiedersehen und eine Atmosphäre entsteht, die es sonst auf keinem anderen Konkass gibt. Aus meiner Sicht geht es das DRG-Forum von anderen Veranstaltungen alleine durch die Größe ab, durch die Vielzahl der Teilnehmer, durch die breite Stecktung an Teilnehmern, die Vorträge natürlich auch und dadurch auch durch die fachliche Kompetenz, die viele Leute anzieht und uns dementsprechend auch. Es ist ja ein geflügeltes Wort, es ist das Klassentreffen der Krankenhausbranche und wirklich viele verschiedene Träger, Geschäftsführer hier zu treffen, sich entspannt auszutauschen. In einer familiären Atmosphäre ist der große Unterschied zu anderen Veranstaltungen. Das ganze Konzept ist einfach rund und es macht einfach Spaß, hier zu sein und hat viele Vorteile, die wir dort dann auch mitnehmen. Ich bin wie gesagt jetzt auch schon seit 2007 dabei, auch hier dabei und es ist immer wieder schön, auch wieder dann alte Bekannte wieder zu sehen, die man dann über das Jahr halt doch nicht sieht. Und eine Videokonferenz mag zwar schön sein, aber letztendlich mal ein Hand schütteln, mal zusammen, anstoßen, über alte Zeiten sprechen. Ich glaube, das ist ja auch ein Charme, was gerade so eine traditionelle Veranstaltung auch mit sich bringt. Zu dem Input, also wir nehmen ja Impulse mit. Also es ist für mich eine Pflichtveranstaltung auch mit meinem Führungsteam hier zu kommen, um zuzuhören. Nicht um eine Spezifikation zu bekommen als Softwarehersteller, aber um Impulse zu bekommen. Uns geht es eigentlich in erster Linie darum, unsere Kunden und Partner zu treffen und das ist ein hervorragender Kontaktpunkt. Hier trifft sich eigentlich die ganze Branche, die Entscheider des Gesundheitswesens und wir sind froh, dass wir so viele Leute in ungezwungener Atmosphäre treffen können. Eine vierstellige Anzahl von Teilnehmern bei einem Gala-Dinner, das ist einzigartig. Es gibt keine einzige Veranstaltung in Deutschland, die das bietet. Das macht den Rahmen außergewöhnlich und die Abendveranstaltung ist ein ganz fester Bestandteil, auch ein Networking-Bestandteil und ich finde, dass da sehr gute und viele Kontakte zusammenkommen, die auch über Jahre halten. Möte! 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 Vielen Dank.